Ich glaube langsam, wir sind uns alle relativ einig, dass Space Marine 2 zu den anspruchsvolleren Games gehört. Das heißt, da ist eine Lernkurve da, man kommt bei den härteren Schwierigkeitsgraden nicht im Schlaf und mit verbundenen Augen durch die Mission durch. Und deswegen denke ich, dass das Video heute für einige doch ziemlich interessant sein könnte. Ich habe für euch fünf Tierlisten dabei, also von fünf unterschiedlichen Content Creators. Was haben die in die Tierliste wo reingepackt? Wir werden dann am Schluss auch noch selbst eine Tierlist machen mit der Erfahrung, die ich mittlerweile nach über 50 Stunden habe. Und so versuchen, einen Eindruck zu gewinnen, welche Klassen vermutlich momentan am einfachsten zu spielen sind oder einfach sich am besten anfühlen und am geschmeidigsten vielleicht auch für den Einstieg geeignet sein könnten, um gut durch die Mission durchzukommen. Bevor wir loslegen, lobe ich aber nicht nur den Imperator, sondern auch Flexispot, den Sponsor dieses Videos. Und ich möchte euch heute meine Geschichte dazu in Kurzfassung erzählen. Mein neues Arbeitszimmer. War nie so bequem, wie ich es mir vor dem Umzug eigentlich vorgestellt hatte. Die Höhenverstellung meines alten Schreibtisches, ziemlich unpraktisch unter der Dachschräge. Die Schreibtischplatte, zu klein für Mic und Licht. Und mein Monitor hat fast den ganzen Platz eingenommen. Und dann, jeden Morgen drei Stunden blendende Sonne direkt ins Gesicht oder Rollladen runter und im Dunkeln sitzen. Es musste sich was ändern. Dann kam Flexispot auf mich zu. Eine Kooperation. Und ich dachte, warum nicht? Ein größerer Tisch, mehr Platz für meine Arme und besseren Sitzkomfort. Elektrische Höhenverstellung statt der Handkurbel. Klingt nach einem Upgrade. Die Lieferung kam in zwei Teilen an. Das Gestell, fast 40 Kilo schwer. Aber auch kein Wunder, weil es bis zu 160 Kilo tragen kann. Die Tischplatte, sicher verpackt. Und trotz ropiger Behandlung vom Fahrer, kein Kratzer drauf. Der Aufbau war allein in etwa einer Stunde erledigt. Und ja, eigentlich braucht man zwei Leute. Aber hey, wer sagt, dass es alleine nicht geht? Das Beste, die Verarbeitung ist top. Nichts wackelt, alles sitzt bombenfest. Mitgeliefertes Werkzeug, vorgebohrte Löcher, markierte Schrauben, zwei Meter Kabelbinder, Kabelhalter, unterm Schreibtisch. Flexispot hat an alles gedacht. Jetzt sitze ich hier an meinem neuen Schreibtisch. Ordentlich Platz für alles. Die Höhenverstellung klappt elektrisch wie ein Traum. Und das Beste, ich habe mein Arbeitszimmer umgestellt und entkomme endlich den blendenden Sonnenstrahl. Flexispot hat mir nicht nur den Rücken, sondern auch den Kopf freigemacht. Mein neuer Flexispot Tisch E7 Pro steht solider und fühlt sich robuster an als mein alter Flexispot Schreibtisch. Die größere Tischplatte mit mehr Tiefe bietet mir deutlich mehr Komfort, insbesondere um meine Arme besser aufzulegen und mehr Platz für mein Equipment zu haben. Die neue Höhenverstellung ist kein Vergleich zu meinem alten Flexispot mit Handkurbel. Die Höhenverstellung passiert jetzt in unter 10 Sekunden und zwar genau auf die Stehhöhe oder Sitzhöhe, die ich eingespeichert habe. Das erleichtert den Wechsel zwischen Stehen und Sitzen spürbar und dadurch wechsle ich öfter als zuvor die Position. Die zwei elektrischen Antriebe sind außerdem so stark, dass sie bis zu 160 Kilo stemmen können. Die eingebaute Kindersicherung verhindert, dass die Kleinen ihren Schabernack mit der Steuerung treiben. Mein ersten Flexispot habe ich 2022 gekauft, weil lange Sitzen einfach nicht gesund ist. Und insbesondere ab einem Alter von, ich sag mal 30 Jahren plus, ist das vielleicht ein Thema für den einen oder anderen. Wer also einen hochwertigen Schreibtisch mit Höhenverstellung in Top-Qualität sucht, ist mit dem E7 Pro genau richtig. Nicht umsonst gibt Flexispot satte 10 Jahre Garantie auf dieses Modell. Links zum Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung und in der Kommentarspalte. Wir beginnen mit der ersten Tierliste, nämlich von Crazy Mr. Pips. Der macht auch schon jetzt eine Weile Space Marine 2 Content. Und der hat hier folgende Einteilung vorgenommen. Den Tactical in S-Tier, Sniper in A-Tier und den Heavy auch. Im B-Tier finden wir Vanguard und Bulwark. Und dann im C-Tier ist der Assault drin mit seinem Hammer. Ich habe euch hier den Link zum Kanal mit reingepackt und in Klammern immer noch dahinter, wie viele Abonnenten der Kanal gerade hat. Manche meinen jetzt vielleicht, ja was soll das aussagen, wie viele Abonnenten, der hat es doch wurscht. Aber ich denke, vielleicht könnte man tendenziell annehmen, dass Leute mit einem größeren Kanal eher mehr Zeit haben, in Games reinzugehen und da viele, viele Stunden oder zumindest schnell viele, viele Stunden reinzuinvestieren, weil es eben wirklich ihr hauptsächliches Business ist. Die zweite Tierliste kommt von Fallout Plays mit 623.000 Abonnenten. Bulwark im S-Tier, im A-Tier ist Tactical und Sniper, im B-Tier ist Vanguard und Heavy und im C-Tier ist auch wieder der Assault. Weiter geht's mit Fair Wargaming. Der hat im S-Tier Bulwark und Tactical, im A-Tier Heavy und Sniper und im B-Tier Assault und Vanguard. Lucky Ghost mit 441.000 Abonnenten ordnet Vanguard und Heavy im S-Tier ein, Tactical und Sniper im A-Tier, Bulwark im B-Tier und Assault im C-Tier. Und zu guter Letzt True Vanguard mit 302.000 Abonnenten im S-Tier, den Tactical im A-Tier, Vanguard und Bulwark, im B-Tier Sniper und Heavy, C-Tier komplett freigelassen und dann D-Tier ganz unten den Assault, also wahrscheinlich hat True Vanguard richtig was gegen den Assault. Wenn wir uns jetzt mal diese fünf Tierlisten anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall schon mal zwei große Auffälligkeiten. Die erste Auffälligkeit ist, dass ihr egal wo ihr hinschaut, den Assault immer an unterster Stelle seht. Also der ist wirklich immer Schlusslicht. Woran kann das liegen? Es liegt zumindest nach meiner Einschätzung daran, dass der Assault eigentlich relativ schwer zu meistern ist und auch das Level-Design nicht immer in seine Karten spielt. Manchmal gibt es Vorsprünge, es gibt unsichtbare Wände. Das heißt, wenn der Bulwark dann nach oben fliegt und vom Himmel runterhauen möchte, auf die Feinde drauf, kann er das nicht immer machen, auch wenn es im Level danach aussieht. Des Weiteren ist es beim Assault so, dass er erst im Laufe seines Fortschritts, ich glaube, man sollte da schon Stufe 10 aufwärts werden, damit man dann langsam in die Richtung kommt, dass sein Jetpack sich schneller regeneriert oder er Möglichkeit hat, eben das häufiger oder schneller wieder anzuwenden. Denn das ist halt eben der große Signatur-Move vom Assault und den braucht er auch möglichst häufig, damit man mit ihm am meisten rausholen kann, mit dem Hochfliegen nämlich erst mal Schaden zu entgehen. Das klappt bei Fernkampfschaden auch nicht wirklich immer, aber man kann zumindest von den Nahkampfangriffen entfliehen und man kann halt eben anstürmende Monsterhorden recht schnell dezimieren, sofern man eben das Jetpack tatsächlich einsetzen kann und es nicht auf Cooldown ist. Deswegen, wenn man dann auch eine Waffe mit Fechten dabei hat, kann man es im Nahkampf durchaus aushalten mit ihm, wie ich finde. Aber es ist natürlich schwer, wenn man zum Beispiel den Hammer eben hat und dann versucht, eine Aufladung zu machen. Man frisst sehr viel Schaden. Man kann nicht diesen Hammer vollständig aufladen in einem Monstergebilde um einen herum. Da frisst man so viel Damage, dass es meistens nicht geht. Das heißt, man muss hier wirklich auch aufpassen, weil man mit ihm eben so krass im Nahkampf unterwegs sein muss, dass es eben schwierig wird. Der andere Nachteil beim Assault ist der, dass er ja eben keine Primärwaffe hat, sondern eben nur mit der Bolter-Pistol oder mit der Heavy-Bolt-Pistol unterwegs ist. Und wenn dann diese Neurotrophen oder wie sie auch immer heißen, die wo in der Luft nur schweben, die kann man nicht mit Nahkampfangriffen erreichen, die kann man, glaube ich, nicht wirklich mit Granaten erreichen, außer mit den Sticky-Granades, glaube ich. Da hat er wirklich Schwierigkeiten mit seiner Handpistole sozusagen, die Dinger runterzuschießen. Da hat er dann richtig Probleme, besonders in den schwierigen Schwierigkeitsgraden, wird das dann eine Herausforderung für den Assault. Auf der anderen Seite sehen wir bei diesen Tierlisten aber auch, dass der Tactical eigentlich fast immer oben mit dabei ist. Also hier bei den Dreien ist er oben mit dabei. Und hier ist er aber auch A-Tier überall. Und das liegt daran, dass Tactical wirklich eine sehr starke Klasse ist, die erstens natürlich Zugriff auf den Melter hat. Und alle Klassen, also zumindest meiner Erfahrung nach, alle Klassen, die Zugriff auf eine Melter-Waffe haben, sind momentan wirklich dick im Geschäft. Denn es geht natürlich darum, wirklich Monsterhorden zu dezimieren. Und ein Melter ist da beste Waffe, die es überhaupt gibt momentan. Und Tactical hat zudem natürlich auch diesen Auspex-Scan. Das ist im PvP auch schon Gold wert, weil man dann die feindlichen Spieler markiert hat. Aber andererseits natürlich auch im PvE, weil man einfach einen heftigen Schadensboost hat, den man dann auch noch mit dem Perk-Tree, also mit den Skills, die man dann verteilt im Skillbaum, kann man das einfach noch weiter pushen, dass das noch geiler funktioniert. Und so hat man einen riesigen Schadensboost für sich, aber auch fürs Team. Und da profitiert wirklich jeder davon, der in der Mission mit dabei ist. Deswegen Tactical, ein krasser Allrounder mit einem krassen Arsenal an Waffen überhaupt. Das größte Arsenal von allen Klassen. Und dann zusätzlich eben dieser krasse Schadensboost. Das macht den Tactical einfach richtig gut. Was ist aber sonst so los? Also beim Bulwark zum Beispiel sehen wir, hier ist er mal im S-Tier, da ist er mal im A-Tier, hier ist er im B-Tier, da ist er auch im B-Tier, da ist er im S-Tier. Also hier ist auf den dritten Plätzen, also auf den drei Plätzen, sag ich mal so, wenn man die vergeben könnte, S-A-B, da ist irgendwie der Bulwark mal hier, mal da, mal so. Warum ist das vielleicht durchwachsener? Die einen sagen, der ist mega stark, weil er eben sehr viel und sehr gut blocken kann. Und mit dem Banner die Schildregeneration ist krass und sehr, sehr wertvoll fürs Team. Das heißt wirklich ein super Supporter und im Nahkampf richtig stark. Auch mit dem Schwert, wo er eben Single-Target-Damage hat oder wahlweise auch AOE-Damage. Das heißt, hier auch richtig powerful, der Bulwark. Aber mit dem Nachteil eben auch, dass er von der Fernkampfwaffe ziemlich abhängig ist, auch wieder hier mit der Pistole rumzuschießen und so weiter. Da hat er halt dann auch nicht viel im Arsenal, um gegen reine Fernkampfgegner, die er nicht im Nahkampf auch erreichen kann, vorzugehen und da effektiv zu sein. Interessant ist, dass der Sniper eigentlich durchweg irgendwie immer zwischen A und B, also es ist immer so ein Mittelfeld, oberes oder unteres Mittelfeld sozusagen, ist er unterwegs. Er ist nie top of the top eingeordnet, aber auch nie mega schlecht eingeordnet. Und ich habe jetzt den Sniper auf, glaube ich, Stufe 21. Ich kann verstehen, warum er so im Mittelfeld geranged wird, weil er hat natürlich krasses Headshot-Potenzial. Wenn man die Verschleierung sozusagen gut nutzt, den Tarnmantel, dann kann man hier richtig krasse Headshots platzieren, wenn man auch die richtig gut geskillt hat, dass wenn man stillsteht, dass man noch einen Schadensboost bekommt, dass der Headshot-Damage nochmal nach oben gepumpt wird. Und wenn man dann natürlich mit der Last Gun unterwegs ist, dann hat man hier richtig krass was am Start. Nachteil, wie ich finde, ist halt, dass eigentlich fast jeder Sniper, der was auf sich hält, mit dieser Laser Gun unterwegs ist und alle anderen Waffen finden beim Sniper kaum Beachtung, weil sie auch besonders in den härteren Schwierigkeitsgraden ziemlich abkacken eigentlich gegen schwer gepanzerte Feinde. Und da muss man dann gucken, wie man es anstellt. Also ich suche da auch noch nach einem Weg, vielleicht den Sniper mal anders spielen zu können, aber dafür muss ich erstmal die Waffen noch aufleveln, um zu schauen, ob da irgendwie was möglich ist. Ansonsten ist es beim Sniper nun mal so, wenn man sich nicht unsichtbar machen kann, in manchen Situationen hat man echt Probleme. Ja, wenn man eben nicht in die Unsichtbarkeit gehen kann, dann ist man wirklich Frischfleisch, wenn da Monsterhorden kommen und keiner vom Team da ist, der noch mit supportet und du voll im Fadenkreuz von der Monstermenge bist, dann hast du richtig Probleme und kannst nur noch hier Dodge Rolling machen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, damit du da rauskommst, bis deine Unsichtbarkeit wieder geht und dann musst du auch gucken, wie du dich platzierst, möglichst weit weg von der Menge, dass du die Headshots reinkriegst, damit du die Monstermassen dezimierst. Ansonsten, wenn du halt wirklich derjenige bist, der in der Mission im Fadenkreuz steht und die anderen irgendwo anders rumgurken, dann bist du mit dem Sniper in einer ziemlich misslichen Lage, wie ich finde. Aber auch den Heavy, muss ich ja sagen, finden wir meistens im Mittelfeld, selten. Jetzt hier einmal beim S-Tier, ansonsten immer irgendwo hier A, B, tingelt er rum, aber auch nie auf den Schlussplätzen. Heavy ist eine sehr starke Klasse, natürlich auch wieder das Problem, dass er im Nahkampf nichts ausrichten kann, wie bei den anderen mit den Primärwaffen. Das Problem ist jetzt hier halt eben im Nahkampf, wenn man unter Bedrängnis kommt, wie geht man da wieder raus? Ja, im Fernkampf hat der Heavy kein Problem, das ist seine große Stärke. Er kann Fernkampfangriffe auch super abwehren, eben mit seinem Signaturskill, aber wenn die Feinde dann eben zu nahe kommen, dann muss er gucken, wie er Land gewinnt, ob er Granaten werfen kann, ob er sich rausrollen kann, weil mit seinem Nahkampfangriff mit der Waffe kann er halt dann doch nicht so viel machen. Deshalb ist der Heavy, finde ich auch teilweise prädestiniert dafür, dass er dann mit dem Multimelder unterwegs ist und dann sagt, hey, da können mir die Feinde gerne zu nahe kommen, die röste ich einfach weg und der Multimelder ist natürlich richtig krass am Start. Ich glaube, 20 Ladungen ohne Nachladen kannst du da in die Feinde reinpumpen, sofern du die Munition dann auch wieder nachgeladen bekommst. Da hast du absolut kein Problem. Dann kannst du sagen, kommt ruhig, ich mähe euch alle weg. Also Heavy, eine richtig spaßige Klasse. Allerdings, wenn die Munition ausgeht und man dann in Bedrängnis kommt, dann wird es spannend. Und ja, last but not least, jetzt hier, wir besprechen noch kurz den Vanguard einfach. Der ist hier manchmal im S-Tier oder einmal im S-Tier gelandet, ansonsten auch wieder auf den Plätzen A oder B, je nachdem. Ich habe den Vanguard, glaube ich, auf 10 oder 11 in der Stufe gespielt. Ich mag diese Klasse wirklich sehr gerne, macht mir sehr viel Spaß, ist mobil durch den Greifhaken. Man kann wirklich die wichtigen Feinde anvisieren, reinspringen und versuchen, schnell wegzumetzeln. Man hat mit dem Kettenschwert eine Option, einfach auch in der Monstermenge gut klarzukommen, schnell blocken zu können, auch mal parieren gut zu machen, aber eben auch den Melter mit dabei zu haben und dann im Nahkampf gegen die Feindeshorden wirklich abzuräumen und da Randale zu machen. Also tatsächlich eine spaßige, mobile Klasse, die, wie ich finde, nicht wirklich viele Schwächen hat. Wenn man sich natürlich für den Melter entscheidet, ist man dann auf Reichweite. Wenn dann so Neurotrophenviecher wiederkommen, hat man dann natürlich wieder ein Problem vor sich. Aber ansonsten ist das Waffenarsenal von ihm, wie ich finde, recht gut ausgewogen. Was man auch mal wechseln könnte, die anderen Gans, die er dabei hat oder im Gepäck haben kann, finde ich eigentlich auch sehr effektiv. Das ist nicht bei jeder Klasse so. Beim Sniper zum Beispiel bin ich von manchen Waffen nicht so begeistert. Deswegen bei Vanguard finde ich auch, sieht alles ganz super aus. Bevor wir dann auf die Klassenbeliebtheit und verschiedene Klassenumfragen zu sprechen kommen, mache ich jetzt abschließend zu diesem Tierlistenthema noch meine persönliche Tierliste für euch. Bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich den Tactical weit oben ansiedeln würde. Es ist einfach zu krass, was er an Support mit dabei hat, an Schadensmaximierung mitbringt für ein Team und für sich selbst. Er hat ein gutes Waffenarsenal, er hat den Melter mit dabei, so flexibel und teilt halt eben auch richtig kräftig aus. Den Bulwark, den baue ich dann hier auch ins A-Tier mit rein. Ich finde, er hat eigentlich die Tendenz, auch im S-Tier zu sein. Problem ist halt eben, dass sein Waffenarsenal so beschränkt ist, dass er gegen Fernkampfziele wirklich wieder ein bisschen eine Herausforderung hat und da nicht so flexibel ist. Aber ansonsten ist es halt eben im Nahkampf eins von den krassesten Klassen, die du spielen kannst, besonders durch die Möglichkeit einfach zu blocken und Schildpunkte wieder herzustellen. Er ist einfach genial, also keine Klasse, kann im Nahkampf so gut mit den Monstern umgehen, das ganze Geschehen handeln wie der Bulwark und wer da gerne verteidigt und gerne mehr ein Schild noch im Pedo hat, da ist Bulwark wirklich gut, um sich zu schützen und dadurch den Nahkampf durchzugehen. In der gleichen Ebene würde ich auch den Heavy anordnen, einfach, sage ich mal so, das Pendant zum Bulwark. Während der Bulwark das im Nahkampf so krass meistert, ist der Heavy derjenige, der das im Fernkampf richtig gut meistern kann und alles, was auf Range ist, schnetzelt er super weg. Allerdings, wie gesagt, wenn man den Multimelter dabei hat, ist auch der Nahkampf kein Problem. Er hat allerdings auch wieder dieses Flexibilitätsproblem. Den Vanguard packe ich ebenfalls ins A-Tier, weil ich finde, dass er eigentlich recht wenige Schwächen hat. Er ist im Fernkampf stark, wenn man die richtigen Waffen mitnimmt. Er ist im Nahkampf stark, wenn man die richtigen Waffen mitnimmt und hat im Nahkampf wirklich krasse Booster mit dabei. Auch was das Parieren angeht, kann man den Vanguard sehr gut optimieren mit dem Talentbaum, den man da zur Verfügung hat und im Nahkampf profitieren dann die anderen Klassen, die dabei sind bei einer Mission, auch noch vom Vanguard. Vielleicht bin ich dann eher von der langweiligeren Sorte, aber Leute, ich packe den Assault auch ins A-Tier und für mich hat das folgenden Grund. Ich finde, wenn man lernt, ihn zu spielen, kann er durchaus richtig viel mitbringen für den Nahkampf, einfach um die anstürmenden Feindes Horden auszumerzen. Das macht er gut mit dem Jetpack. Sprung rein in die Feinde. Wenn man dann den Hammer zum Beispiel mitnimmt, der kann ordentlich was zerfleischen. Man muss halt nur mal gucken, wie man das Timing hinbekommt mit dem Hammer, dass man möglichst Fechten dabei hat, also beim Hammer. Dadurch ist leider der Hammer dann nicht mehr so stark, weil eben diese Eigenschaft Fechten dabei ist. Die Hammer mit der Blockenfähigkeit hauen deutlich mehr rein. Aber ich würde hier tatsächlich zu Fechten raten, weil man einfach, wenn man von Monstern umzingelt ist, wirklich dann ein Problem bekommt, weil man zu viel Schaden frisst und nicht schnell auf die ankommenden Angriffe reagieren kann. Und wenn man dann über ein paar Levels hinaus ist beim Assault und man in das hintere Drittel vom Fähigkeitenbaum kommt, dann entwickelt sich ein schnellerer Einsatz vom Jetpack, eine schnellere Regeneration. Und dann scheint die Klasse mehr, als sie es am Anfang tut. Deswegen finde ich es eigentlich recht ausgewogen, besonders weil er auch den Heavy Bolter mit dabei haben kann, der dann auf den Fernkampf wiederum ein bisschen mehr reinknallt als der normale Bolt. Und lustigerweise, Leute, muss ich euch sagen, ich packe den Sniper in Betier, weil ich einfach mittlerweile die Erfahrung gewonnen habe, dass es stark darauf ankommt, mit welchem Team man im PvE unterwegs ist, mit dem Sniper. Wenn man Nahkämpfer dabei hat, die es schaffen, einem die Feinde, die normalen Trashmobs sozusagen, vom Leib zu halten und man seine Kopfschüsse in Ruhe platzieren kann, ist der Sniper unglaublich stark. Und kann dafür sorgen, dass zum Beispiel bei den Tyraniten die ganzen Horden einfach allesamt verrecken, wenn man die Großen schnell Hedgehottet. Wenn man das aber nicht schafft, weil man sofort unter Bedrängnis kommt, weil die anderen Mitspieler, und bei Randoms ist das jetzt häufiger der Fall, wie ich es zumindest erlebe, die machen irgendwas für sich, die spielen nicht im Team, die laufen nach links, die laufen nach rechts, und du hängst dann da alleine rum, da spielst du lieber alleine mit Bots, wenn du kannst, weil die machen ihren Job dann besser für dich als Sniper. Du kannst nicht aus der Hüfte schießen, um die anstürmenden Horden zu dezimieren. Mit dem Bolter ist irgendwann deine Munition leergeschossen und mit deinem Messerchen, mit deinem Rambo-Messer, reißt du halt dann gegen die Horden von Feinden, die anstürmen auch nicht so viel, selbst wenn du Fechten dabei hast als Eigenschaft und einiges noch wegblocken kannst. Du kannst sie nicht alle blocken und es kommt zu viel Damage auf dich und da du nur zwei Rüstungsbällchen hast oben, bist du so schnell gefressen. Du hast zwar diesen Cheat Death in deinem Talentbaum, wo du einmal dem Tod entgehen kannst, das wird auch einmal dann passieren, aber dann beim zweiten Mal ist es das dann halt gewesen. Es sei denn, du hast ja noch so eine Reliquie am Start, aber die wird dann auch noch gefressen und dann war es das meistens. Das heißt, der Sniper ist sehr stark von seinem Team abhängig, wie ich finde, oder man hat natürlich hoffnungsvollerweise Bots dann dabei, anstatt Random-Spieler, die machen, was sie wollen. Besonders, weil auch das Level-Design manchmal irgendwelche unsichtbaren Blockaden drin hat, dass man nicht mal durch ein Blatt von einem Baum schießen könnte, sondern das einfach wie eine Wand wirkt und man dann nicht durchschießen kann. Das kann manchmal ein Problem werden, besonders wenn die Feinde sich dann auch noch im Schild verschanzen und man die Headshots gar nicht landet bei den Tyraniten. Man kann zwar skillen, dass man 25% des Fernkampfschadens macht bei Feinden mit Schild, das bringt dann aber auch nichts, weil du dir deine Lasergun leer schießt bis dahin. Ich glaube, du hast nur 10 oder 12 Schuss normalerweise, bis in die späteren Levels, dann mit den anderen Waffenvarianten ein bisschen mehr, aber du hast die Munition dann auch so schnell leer geschossen, dann bringt dir das Ganze rumgeballert dann auch nichts mehr. Aber ja, Leute, wie seht ihr das mit den Tierlisten? Schreibt mir gerne mal, wie ihr die Klassen einordnen würdet, in die Kommentare unten rein. Mal schauen, was weitere Updates bringen, ob bestimmte Klassen vielleicht noch den ein oder anderen Buff bekommen. Aber so sieht momentan die Lage aus, Leute. Ich hoffe, das war heute ein guter Insight für euch einfach, falls ihr starten möchtet oder falls ihr euch momentan nicht sicher seid, mit welcher Klasse ihr weiterzocken möchtet, wo ihr Zeit investieren wollt, welche ihr weiter ausbauen möchtet und so weiter. Ich denke, jetzt habt ihr einen ganz guten Eindruck, wie die Klassen so gerankt werden von der Stärke momentan. Und damit danke fürs Einschalten und bis zu einem nächsten Video vielleicht. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020